Ich bin's, du hast deine Tabletten bei mir im Auto vergessen, aber ich komme jetzt gleich zu dir. Wenn ich die Damen und Herren jetzt noch einmal bitten dürfte, von Ihnen aus nach links zu schauen, würde wirklich sagen, das ist die Perle in unserem derzeitigen Bestand. Sie haben gesagt, die Wohnungen sind alle schon geräumt und in drei Monaten bezugsfertig? Papa, was machen Sie denn hier? Alles gut, ein paar Formalitäten. Gibt's ein Problem? Reicht das nicht, dass du uns alles wegnimmst? Ich mach einfach meinen Job. Scheiß auf deinen Neuhandgang! Aber ich arbeite für diese Wichser! Guck dich doch mal um hier. Hier will doch auch keiner mehr wohnen, oder? Diese Wohnungen ist meine Heimat. Heine! Was wolltest du von meinem Vater? Es ist Räumungstag, ich muss die... Mal machen. Die paar letzte Woche. Nein! Alles in Ordnung. Rechten Sie sofort zurück an die Tür! War das nicht? Nein, den Sie überhaupt nicht! Lass da rein! Den ganzen Gasflaschen konnten Sie schon in den Keller gehen? Der ganze Straßenzug ist doch schon fertig. Wissen Sie, was das gekostet hat? Ihr wolltet Forderung, ich hab Forderung. Wir können das Ganze vertraglich festhalten. Das kapiert Sie einfach nicht! Wir sorgen doch nur dafür, dass diese Stadt ein bisschen schöner wird. Wir schaffen ein besseres Wohnklima. Uns gehört der ganze Straßenzug. Aber für die nur. Warum hast du das gemacht? Nein, Hände! Wo ist das? Wir sind doch alle gleich! Wer ist denn Schatz? Das ist ein Gewehr. Was für ein Gewehr? Tata! Selbst wenn diese Bruchbude in die Luft geht, die freuen sich doch. Da fällt der Denkmalschutz weg.